Mein Name ist Flutra Ivanovic. Ich habe den Bachelorstudiengang Kremie an der ZHW in Wedenswil absolviert. Heute arbeite ich als Laborleiterin in der Max Zeller Söhne AG. Zeller entwickelt und produziert pflanzliche Arzneimittel. Ich bin hier verantwortlich für die gesamte Laboranalytik, von den pflanzlichen Rohstoffen bis hin zu den fertigen Arzneimitteln. Meine Hauptaufgabe ist es, sicherzustellen, dass im Labor alles funktioniert. Ich koordiniere das Team, überwache die Qualitätsstandards und interpretiere die Daten. Zusätzlich betreue ich drei Lehrlinge. Es gibt Tage, an denen ich nur an Sitzungen bin, weil wir sehr viele Schnittstellen haben. Die Nähe zum Labor ist mir aber wichtig, weil ich für mein Team da sein möchte und viele Entscheidungen fällen muss. Die Chemie erklärt mir die Welt um mich herum und wie das Leben funktioniert. Sie fasziniert mich seit ich weiss, dass es den Beruf Chemielaborantin gibt. Auf meine Aufgabe bin ich während dem Studium viel besser vorbereitet worden, als ich gedacht habe. Die Phytopharmaanalytik ist sehr komplex, weil pflanzliche Rohstoffe viele verschiedene Inhaltsstoffe haben. Meine Fachkenntnisse brauche ich darum täglich, aber auch Personalführung und Informatik brauche ich oft. Die Labordigitalisierung ist für mich momentan eine große Verantwortung und Aufgabe. Das Schöne am Chemiestudium ist, dass man danach in verschiedensten Branchen arbeiten kann. Pharma, Lebensmittel, Kunststoffe oder Baubranchen. Ich empfehle das Chemiestudium an der ZHW in Wedenswil allen, die sich für Naturwissenschaften begeistern. Für alle ohne Laborantenlehre hat die ZHW ein super Step-Up-Programm.